so freunde grüßt euch zum neuen let's play von die kite ich hatte ja richtig probleme jetzt die letzten drei kombination zu finden die 19 ergibt von dem test ich habe es geschafft nur wenige minuten danach aber gut dass man kann ja jetzt kein 20-minütiges gameplay über zahlensuche machen das geht ja nicht ja wir haben hier oben den test und ich denke mal wenn wir jetzt zu unserem geliebten ehemann gehen und ihm den test überreichen dann freut er sich bestimmt oder ist deprimiert weil es mir schlauer sind als er i did it ja super freut sich bitte nicht mehr trinken ach als maul ja super da haben wir jetzt sollen wir jetzt anzünden wenn er brennt bestimmt ja es ist immer noch leer hier was könnten wir machen i can't take this anymore and what are you gonna do ja was willst du jetzt machen ich kann es einfach nicht mehr ertragen ja hallo ich will da bloß zur türen ausgehen schalten wir mal den wasserhahn an vielleicht sagt er ja was dazu lassen wir mal den wasserhahn laufen vielleicht können wir die flasche wegnehmen mal schauen ach so stellt das wieder hin wo es hingehört ne den wort kommen wir jetzt ok dann können wir ein wasserhahn wieder ausstellen obwohl wir könnten die flasche mit wasser füllen ok jetzt streiten sie ja scheiß jetzt werden wir hier gefurzt oh das ist aber nicht schön und der kleine hier auch gott das ist aber nicht schön häusliche gewalt geht gar nicht das darf nicht sein und wer leidet darunter die kinder tja jetzt geht er hinaus und lenkt sich ein bisserl ab mit seinem drachen auch ist das schön und ok speichern wir sind wieder allein der mann ist wahrscheinlich wieder auf arbeit mal schauen ob er wieder zu hause ist das alles runter geschmissen alles durch ach schaut fernsehen aha jetzt hat er die tür zugemacht na super die klamotten kann man nichts aufheben fenster kann man nicht aufmachen können höchstens mal probieren jetzt das geht ob das was bringt ok es bringt nichts wir kommen ja jetzt hier nicht raus weil es nur durchs wohnzimmer in den eingangsbereich geht kann man die wäscheleine durchzwingen oder irgendwas geht auch nicht das geht auch nicht tja mir fällt jetzt gerade nichts ein das können wir vielleicht mit der zange weg machen screw to the wall ja mit braun irgendwas ok es geht auch nicht ja das ist befestigt an der wand aber wir haben ja nichts zum können wir auch nicht runter hauen boah das ist nicht einfach vielleicht kann man die fensterscheibe einschlagen auch nicht ok es geht schon mal dann machen wir mal das ding voll jetzt haben wir wasser drin ok einmal voll wasser das bringt uns eigentlich jetzt gar nichts ne können wir es irgendwo abstellen das ist voll gar nicht einfach ne aber es geht auch nicht das geht auch nicht ja wir haben jetzt die schüssel voller wasser gemacht geht also auch nicht mehr geht also auch nicht mehr das ist also wieder was 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 erst nacheinander geht ne ok wasser wird warm warmes wasser jetzt haben wir heißes wasser ok das geht auch nicht jetzt haben wir heißes wasser und das jetzt eingefrieren also sie muss sich verbrühen oder nee das ist ja blöd need to think some more ok sie muss mehr nachdenken das geht nicht boah 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 ist das heftig ich blick's gerade nicht heißes wasser was mache ich damit ja was mache ich jetzt mit dem heißen wasser kühlschrank geht nicht ah das ging also jetzt habe ich ein messer ok bis grundsicht mit dem heißen wasser habe ich das messer aus dem eisblock gelöst ok dann können wir jetzt vielleicht das mit dem messer hier abschrauben jawohl so und jetzt haben wir irgendwas wo wir das aufhebeln oder need to find a gap was ist a gap ok jetzt haben wir das holzstück so was machen wir jetzt mit dem ding ach wir haben hier die jetzt habe ich schon gedacht ich kann die leine an können wir hier eine kleidungsstück umwickeln oder uns es geht auch nicht jetzt wird es langsam knifflig jetzt wird es langsam knifflig auch nicht gut jetzt muss ich ehrlich sagen irgendwie check ich jetzt gerade nicht mehr mit das singsam ja was macht man denn was macht man denn leute leute was können wir tun wir haben in einem heißen wasser das messer rausbekommen jetzt haben wir messer und die leiste toll ich habe die leiste ja schon längst weg macht vielleicht können wir jetzt da noch was machen ne mit dem messer vielleicht naja ich habe doch die leiste schon ok dann geht es irgendwie nicht weiter jetzt ja jetzt haben wir die leiste schon jetzt ist nimmer rot so moment also jetzt muss ich kurz googeln was sagt zitter ich habe mich verschrien moment moment eine lücke muss ich finden ok eine lücke unten dann ja jetzt kommen wir auch rein ok sie will noch kein messer verwenden jetzt zwickt mir doch bestimmt das kabel vom fernseher ab aber das ist keine gute idee ja können wir da nochmal was anschmeißen das interessiert mich gar nicht ok wo ist unser kind hörst du mich der sagt natürlich gar nichts ok wir müssen irgendwie seine aufmerksamkeit regeln ok wie kann man jetzt die aufmerksamkeit auf ihn lenken ja dann gehen wir vielleicht nochmal raus können wir jetzt was machen ah ja das ist doch gut ja es dauert ein bisschen also seid's meine böse wenn ich manches nicht gleich sofort raff es dauert halt in der regel ein bisschen bis man rausfindet was man zu tun hat als zuschauer denkt man manchmal ach klick doch dahin das müsstest du doch längst wissen aber ja es ist manchmal so ja hallo kann ich ihnen helfen oder können sie mir helfen ich habe genug eigene probleme sie hat genug eigene probleme also die kann uns nicht helfen und spart natürlich gleich hinter uns zu 23 hätte ich nicht gedacht ähm wen haben wir denn hier das sind komische gestalten das sind komische gestalten better stay away from them ok na gut ok das ist also nichts können wir hochgehen oh das sind noch mehr gestalten oh das sind noch mehr gestalten a rubbish cute ok ist zu schwer zu schwer zu schwer zu schwer das ist zugesperrt könnte man vielleicht das verwenden oder ok ein messer ne warte mal wir können doch bestimmt mit dem messer das paket öffnen ne kann man das da runter schmeißen auch nett also ok wir kommen können wir da irgendwas machen schon mal schauen wir mal ne ok ok gute idee ähm kann man ein kabel durchzwicken oder hier irgendwas machen ne mit dem messer können wir hier auch nichts machen ok ok ne gehen wir erst nochmal runter vielleicht haben wir unten was was wir finden ach ja noch ein paket ok ok die box i wonder how i get there oder wie sie wie ist sie da hingekommen da ist irgendwas nützliches drin wir haben natürlich auch keine flasche die katze können wir die Hallo, haben Sie eine Zigarette für mich? Rauchen ist nicht für ein nettes Mädchen wie Sie. Oh, das ist nicht für mich, sondern für meinen Freund. Na okay, wenn ich ihn sehe, dann gebe ich ihm eine Zigarette. Das ist eine höfliche Bitte. Oder das nette Geste. Okay, die Katze mag mich. So, wir können da nochmal weggehen. I must find my son, okay. Ja, das ist die Frage, wie müssen wir die Katze jetzt so lange wegschauen, bis die da oben sitzt? Nett, ne? Können wir vielleicht das Messer werfen? Nein, können wir das werfen? Nein, können wir jetzt ein Messer mit dem... Cat Wars hier. Na toll, das weiß ich auch. Na, das kann man nicht aufhören, den Text. Okay. Hm. Wir müssen wieder rein. Klopfen wir nochmal. Ich rufe die Polizei. Ah, ein Bretthammer. Kann ich mit dem Brett, das da runter holen? Ne, geht auch nicht. Dann müssen wir mal probieren, ob wir oben was machen können. A rubbish tube. Gehen wir nochmal hoch. Haben wir jetzt mit dem Brett die Möglichkeit. Hm. So, ich kriege es jetzt im Moment auch nicht raus, was ich machen kann. Ne, hier können wir auch wieder nichts machen, oder irgendwie kann er mit dem Brett den mal nicht rüber ziehen. Ne, geht ja auch nicht. Vielleicht müssen wir mit dem Paket wieder zurück in die Wohnung. Vielleicht braucht er ja das Paket. Das ist das Paket wieder zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, das ist auch nicht, ja, das ist sehr kniffig, aber schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge läuft. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Bis dann, Leute, ciao.